Ok, ich weiß gerade bloß nicht, was ich picken soll. Ich bin dann schon wieder Karsix gewandt. Wir spielen Sunfire, at least. Es ist actually Latheus. Nein! Er hat Karsix gewandt. Also in dem Game, ich glaube, ist Sunfire nicht so bad, ne? Ich glaube, wir können Sunfire gegen First Item. Oder, actually, wir gehen Frostfire. Ich hab die nächste Runde dabei, das wird passen. Das ist ein Fan, das ist keine Raps, das ist ein Buffs. Also für Full Tank Champs, das ist ein Buff. Ich anfassen, ich anfassen. Nein! Vierer. Du musst du das an, wie ich es nicht geben will. Ich habe dich schon mit... Das ist mein Leben. Wie ich habe dich. Das ist so schade, das ist das Smeichel gewinnt. Das ist so schade, dass wir nicht top-set waren, ich hätte das sagen sollen, für sure. Aber ich kann hier unten nicht invaden und hier oben muss ich gecovered werden, nach vorher schon. Aber das ist kein End von dem, der war übelst gut für den. Der ist einfach für free geflasht, um zu killstealen. Also wenn ich den Solo-Kill bekommen hätte, wäre das glaube ich okay gewesen, weil da hätte ich halt einen XP-List. Okay, wir haben uns zurückgearbeitet, ja. Oh, ist denn meine Waffe denn nicht mehr hier? Das ist eigentlich ein bisschen cringe. Wovon ist die Nami gegangen? Ja, warte, dann haben wir jetzt alles wieder verloren. Die Nami ist irgendwo hingegangen, ne? Ist mitgegelaufen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal nichts mehr zu tun, ne? Ja. Ja. Ist das denn hier gekommen? Ja. 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 Oh, na, das ist alles noch nicht blable. Ha, guter Champion. Ich weiß, was in der Schatten ist. Es ist Personal, es ist Personal, ich kannste, ich weiß es auch nicht, I don't know, ich hasse es einfach, diese scheiß Nex, fuck, ekelkack, ey, fällt Personal, ja, das war, aber das war sowas von Personal, ich dachte, das stimmt, ja. Ich kann, ich kann gar nicht. Oh mein Gott, was er hält, diese Damage von Akali, das ist, ähm, das ist fucking so Akali. Aber, wir haben doch so easy verhalten können. Ob wir den Dragon einfach schränken, leider haben wir die Dragons nicht, die Dragons haben so viel Value, das ist so sad. Alter, was zuhören, ich habe wirklich 1-shotet. Ich werde jetzt immer durchchargen. 1-shot dem, ich schreibe. Krass, ja. Krass, ja. Was ist ein Problem? Krass, ja. Ok, klar. Das ist over. In Top Man. Er lässt sich ja auch in der Sinn. Oh mein Gott, das war sowas von First Time Akali. Mein Akali würde auch so aussehen. Oh shit. Ich muss mal sagen, die Gewinn ist echt fucking broken, oder? Die müssen wir auf Kiten. Die spielt wirklich Krakenslayer, Blade auf Lego. Ist das nicht voll zu epatisch? Ich bin nicht mehr so aussehen. Ich bin nicht mehr so aussehen. Ich bin nicht mehr so aussehen. Ich werde death wir noch beruhen, oder? Big Salки, die Tier hat mehr so aussehen. Boah ey. He is an von allen beteiligten war das verbläht ja das ist schon als die falls sind ankommen zu beklopfen wo wir eigentlich verhebt sind dieses von anfang an jeden Fall ist ziemlich geil Wollen wir mit dem Flak beenden gehen? Ja, das ist direkt der Endcall. Also ich bin nicht unzufrieden mit meinen Werten, oder? Wird ja bestimmt besser sein können. Der Wiggle war zu gut, also nicht so gut, ja. Hm, ich fand's gut.